Als Pressesprecher sorgst du dafür, dass in den großen Tageszeitungen über Schüler helfen Leben berichtet wird. Der Kampagnenbetreuer betreut die Kampagne zum Sozialen Tag. Außerdem kümmert er sich darum, dass die Technik im Büro immer läuft. Genau, alle die sie bestellt haben. Super, schönen Tag, tschüss. Die Schulkommunikatorin übernimmt den Kontakt mit den Teilnehmern des Sozialen Tages und den Schulen, die sich angemeldet haben. Kann auch der Schwertfeger, Schüler helfen nehmen? Kann auch der Schwertfeger, Schüler helfen nehmen? Schau mal, hier sind alle Seminare aufgelistet. Unsere aktive Betreuerin ist dafür verantwortlich, dass sich die engagierten Schülerinnen und Schüler im Verein wohlfühlen. Sie hilft ihnen dabei, Aktionen auf die Beine zu stellen und unterstützt sie bei der Planung. Als Unterstützerbetreuerin kümmerst du dich um die guten Beziehungen zu unseren prominenten Unterstützern. Hanna, ja, du bist? Angie, hi. Ja, unser Treffen in Berlin, stimmt. Ja, ich bin da ja noch auf dem Edeka-Kongress. Ähm, aber um drei ist das vorbei, also könnte ich danach zu dir kommen. Und dann können wir einen Kaffee trinken. Also um halb vier im Kanzleramt? Ja, perfekt. Bis dann. Sozialer Tag! Unsere Regionalkoordinatoren bringen den Sozialen Tag mit dem Sozialer Tag Mobil an die Schulen und auf Messen und machen ihn so bekannter. Wie du siehst, gibt es viel zu tun. Bewirb dich jetzt auf ein FSJ bei Schüler helfen Leben, der größten jugendlich geführten Hilfsorganisation Deutschlands und organisiere gemeinsam mit sieben weiteren Freiwilligen den Sozialen Tag. Und dann sind wir wieder zurück. Wir sehen uns hier im Restaurant. Vielen Dank.